Jawohl Leute, hier ist wieder der Tobi Coolman mit seiner dritten Let's Player Vorstellung. Und heute ist der MrSwiss97 dran. Jo, ist ein Kollege von mir, der hatte schon mal einen Kanal, aber jetzt hat er halt einen neuen. Hier sieht man auch nochmal, dass er aus der Schweiz kommt. Hier steht es Schweiz und tut mir leid, das wollte ich nicht. Ja, ist natürlich ganz normal ein Let's Player. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Okay, ein Let's Player, macht eigentlich sehr gute Videos. Ein Kollege von ihm ist MrMetroidGamer, aber den werde ich noch irgendwann machen. Und hier sieht man halt, ja, das ist seine Playlist. Hier, Apple War hat er da. Die habe ich mir selber noch nicht so richtig angeguckt. Die ganzen Sachen hier. Oh, hier sieht man auch, dass er On Day Night, ja, das wurde vom Nutzer entfernt. Das kann ProxTube natürlich nicht so gut halt, ja. Oh, fegt dich. Auf jeden Fall, naja, ich würde ihn mal abonnieren, wenn's geht. Also, der ist sehr gut. Er hat auch schon 67 Abonnenten. Denklich mache ich ja nur so um die unbekannten Let's Player, aber... Ja, Dario ist ein Kollege von mir und von daher... Mio. Okay, das wollte ich auch nur mal gesagt haben. Ciao. Na, ciao. Ciao. Ciao.